Das hier bin ich im Solo Cash Cup, wie ich gerade versuche die Insel einzunehmen, um mein allerbestes Placement jemals im Solo Cash Cup hinzulegen. Aber hier wusste ich noch nicht, dass ich in dieser Runde von Epic Games selber einfach gescammt werde. Also ich hatte hier gerade 80 Punkte, das heißt ich brauchte nur noch wenige Punkte um mich zu callen, aber ich wollte mehr. Und zwar unter den Top 500 in ganz Europa placen, wofür ich 110 Punkte brauche. Und nach langen Fights hab ich es dann endlich geschafft die Insel einzunehmen für 15 Punkte. Ja! Ich bin so gut, ich bin so gut. Ich hab sie so geohnt. Das heißt jetzt hatte ich eigentlich schon 95 Punkte und ich hab noch ein ganzes Endgame vor mir zu spielen, also gucken wir mal wie das ganze lief. Nein! Nein, Insel hat nicht gezählt, nein! Ja, ich bin am Ende Tau und Dreinässer geworden und mit Inselpunkten wär es Top 300 gewesen, also danke Epic.